Ah, ich glaube, das ganze Gesingles ist wahrscheinlich eher schuld daran, dass ich Abonnenten verliere. Oh mein Gott. An einer Farben! Oh, man, 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 man. Penny ist Single, Abigail ist Single, Hailey ist Single, Sam ist Single, okay, Elliot, Maru, Lea. Die ist ja wirklich sehr interessant. Aber trotzdem müssen wir irgendwie gucken, dass wir jetzt auch wieder von Fisch nach Hause kommen. Holz. Holz. Ähm, was? Das war nicht. Ihr könnt mir nichts beweisen. Ja, ich bin der Rasenmäher, Mann. Was haben wir hier? Farmer Pelican. Ah, schön, 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 schön. Ich bin wieder hier. Und komme hier nicht durch. Ich will mich nicht ohne ein bisschen Ordnung zu schaffen. Das ist natürlich jetzt ein bisschen Blödes. Äh. Ja, ich nichts eingepackt habe. Äh, oder besser zu viel eingepackt habe. Ah, so geht es natürlich auch. Und keine Steine transportieren kann. Transportizo, Mann. Nizzo. Zieh. Was haben wir hier schönes? Das kommt hier rein. Das Holz ebenso. Die Dendellien auch. Die Spring Onions. Kann man damit irgendwas machen? Oder soll ich die verkaufen? Schöne Lauch. Osreddish. Hm. Ich sage mal, jetzt abgesehen von den Spring Onions, balde ich einfach von allem etwas. Und. Ja. Und so. Ja. Wir kloppen Steine. Wir kloppen Steine. Steine. Kann ich eigentlich das auch irgendwie an... Ah. Gut. Ich glaube, so gefällt mir das schon von der Aufteilung her weitaus besser. Stein für Stein, so soll das... Uh, was ist das denn? Du hast eine Geode. Ein lokalen Blacksmith kann es für dich öffnen. Wer weiß, was da drin ist. Eine Geode. Ein Schmied kann das für dich aufbrechen. Vielleicht ist es ja wie so eine Art... Ich sage mal... Ja. Ein steinernes Überraschungsei. Das wäre auf jeden Fall lustig. Lass mich durch. Lass mich arzt. Ich bin durch. Okay. So. Jetzt hacken wir noch ein bisschen Holz. Ein bisschen Holz. Deine kloppen wir auch noch. Man weiß ja nie, wozu man die gebrauchen kann. Die sind bestimmt zu irgendwas... Gutem, Schönem zu gebrauchen. Oh, noch eine Geode. Fett. Fett, fett, fett. So. Aber eigentlich... Eigentlich würde ich am liebsten die Bäume irgendwie stehen lassen, aber... Ich gehe stark davon aus, dass die mir irgendwann im Weg stehen werden. Und was auch immer ich noch vorhabe. Also zumindest hier die Bäume, die so ein bisschen... Nee. Ich will es nicht so recht. Oder ich fähre einfach einen Baum, der so ein bisschen weiter in der Mitte steht. Oh, das ist eine gute Idee. Das machen wir so. Okay, dann haben wir hier noch ein Steinchen. Noch ein Steinchen. Dann haben wir hier oben noch ein Steinchen. Nochmal ein Steinchen. Gut. Es wird schon langsam dunkel. Ich werde mal kurz Zeug abladen, bis ich noch irgendwie was aufnehmen will, was ich dann im Endeffekt nicht mehr tragen kann. Aber bei den Mixed Seeds, die haue ich im Boden. Knopp. Ich glaube, es wird irgendwie, keine Ahnung, so... Wenn man was abbeißen, wenn man so richtig ordentlich schlammert. Schlammert. Wild Seeds. Bam, 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 bam. Dekor, dekor, dekor. Zehn Steine, zehn Wood und zehn Fiber. Ja, Lagerfeuer. Das ist doch das wahre Lagerfeuer. Moment. Eins, zwei, drei, vier, fünf, sechs, sieben, acht, zehn. Eins, zwei, drei, vier, fünf, sechs, sieben, acht, neun, zehn. Eins, zwei, vier, fünf, sechs, sieben, acht, neun, zehn. Hey, ein Lagerfeuer. Schön. Das ist natürlich auch eine sehr schöne Grafik. Cool. Was haben wir noch? Torches. Das ist bestimmt auch interessant. Ein paar schöne Fackeln. Wir brauchen Holz und Zap. Holz und Zap. Gucken wir mal. Sehr ja, nicht. Ach, da unten. So. Haben wir ja immer noch genug Holz übrig. Die anderen haben... Morgen wird es nicht regnen. Da werden wir genug Zeit auf dem Feld verbringen. Können wir die anderen mal wegpacken. Das packen wir wieder mit ein. Und die... Torches. Packen wir mal eine hier hin. Ach, schön. Die geben wir auch Umgebungslicht. Ja, hier machen wir noch eine hin. Machen wir hier noch eine hin. Haben wir das irgendwie noch... Ja, fein. Packen wir es hier hin, dann haben wir... Das ist ein schönes Viereck. So, den wollen wir mal gucken. Prasselt das schöne Feuer. Aha, ist das herrlich. Ist dit schön. Well over forecast. It's going to be a beautiful sunny day tomorrow. Das heißt, es wird schön. Strandwetter. Wir müssen arbeiten. Äh... Aber der Tag ist vorbei. Da drin ist eigentlich wenig. Was will er noch an Glück übrig haben? Glück. Ui, 160. Das ist, äh... Nicht viel. Aber für den Anfang gar nicht mehr so verkehrt. Weil... Müsame, nörziges Eichhörnchen. Auch bei Stardew Valley. Tjo. Kicken wir mal in den Wetterreport. Morgen wird es den ganzen Tag regnen schön. Das ist... Nein, ich will... Nein, ich will... Ah, nein! Ich will den Fortune Teller. Neutral. Heute gibt es kein Glück. Living off the land hat immer nützliche Tipps. This one's for you folks living in Stardew Valley. Check for spring onions to west of town where the river meets the ocean. You can sometimes find a whole bunch of ground right out of the dirt. Yep. Wissen wir, haben wir schon gepflückt. So. Gießen, baby, gießen. Oder auch nicht. Ah, ist das Farmerleben nicht schön und vor allem anstrengend. Gut, da... Was kommt denn da? Was haben wir eigentlich gepflanzt? Ich hab schon noch vergessen. Und was, was erst grün ist und dann bunt. Ja. Ja. Ja, ist immer aus dem Papier. Durch die Kanne immer das Wasser hochzieht. Das ist natürlich... Hm? Noch nicht schlecht. So. Gucken wir mal. Delivery. Äh, 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 eine Parsnip. Aber die wachsen doch noch. Einen Tag. Habe ich noch? Oder ein Tag dauert's? Oder? Okay. Ah, ich glaube, das sind die Parsnips. Davon hatten wir ja so viele. Rüst im Weg, du jämmerliger Stock. So, einmal durchgesäbelt. Ist es schön. Vielleicht kriegen wir noch ein paar Wild Seeds. Oder Mixed Seeds. Weiß ja nicht. Und wie sie sehen, sehen sie nichts. Okay, aber wollen wir mal ein paar Steine kloppen. Äh, ist das schön mit dem Radius. Also wirklich alles im Umkreis von acht Feldern kann sofort direkt angeklickt werden, ohne sich gewegen zu müssen. Schön, schön, schön. Und natürlich ein Hoch auf dem Sichel. Die alles zerfetzt. Zerstören. Doch es darf nicht mir gehören. Ach ja, ich sehe es schon kaum, dass die, vor allem, die Stardew Valley-Folge haben, natürlich halt super spannend, interessant, atemberaubend, actionreich und voll langweilig. Nein, mit Martin ist voll LW. So, ich sehe es schon mal. Baum klappen. Baum. Das war für Wort Baum. So. Ach, guck mal. Ach, guck mal einer, schau. Und was kann ich nicht aufnehmen? Den Kinappel. Ja. Vielleicht sollte ich mir vielleicht... Na, ich muss mal gucken, wie viel Holz ich habe. Gar. Ach, ich mache mir gleich nochmal eine zweite Kiste. Plup. Plup. Stellen wir mal hier hin. Und da machen wir rein. Machen wir mal alles das rein, was wir... ...auf dem Feld abgrasen können. So. Das wäre nett, das, das, das. So. Und hier kommt alles restlich erstmal rein. Torches auch. Torches. Gut. Zurück aufs Feld. Moment, wo ist die Axt? Da ist die Axt. Äh, ich sollte mir vielleicht so im Vorfeld... Ach, das sind Steine. Hab ich gar nicht gesehen. Äh, da wächst das Gras ein bisschen hoch. Pluck. Äh, okay. Hat da vorhin auch noch geklappt. Gut, aus den Steinen kommt auch noch ein bisschen Kohle raus, wie... Oh, ne Geode, schön. Äh, kommt noch ein bisschen Kohle raus, wie ich sehe. Wenn, wenn ich meine Instinkte nicht trögen, dann wird die bestimmt noch brauchen und mache ja irgendwas, äh, zu befeuern und wie ein Ofen oder sowas in der Richtung. Ich kloppe Steine den ganzen Tag. Ich kloppe Steine, das ist was ich mag. Das, liebe Kinder, liegt daran, dass es wirklich so ist. Okay. Die großen Krieche, glaube ich, noch. Deiner Spitzhacker ist nicht stark genug. Um diesen Brocken zu zerstören. Ja, es ist ein harter Brocken und so. Na, ich merke gerade, dass meine Energie... sich stetisch... stetisch... stetisch? Stetisch. Stetische Werke. Äh, gehen null bewegt. Aber ich hoffe, es reicht noch für einmal Gießkannen. Ja, das ist ein Wort. Gießkannen. Warte mal. Ne, die Geoden kommt erstmal hier mit rein. Fünf. Fünf Stück. Ich glaube, das ist aber wirklich allerhöchste Eisenbahn, um irgendwo... das Energieherzübekommen. Frühlingszwiebel, baby. Die bringt so gut wie gar nichts. Zwei-hundert-siebzig Energie. Ja. Da ist in der Frühlingszwiebel echt gar nichts. Haben wir hier vielleicht ein bisschen Zeug? Kein Zeug? Schade. Ich will Zeug. Hm. Mal gucken. Hier kriege ich ein bisschen... so Zeug. Ist nicht der wahre Jakob, ich weiß. Meine Damen, sie kommt doch mal mit der Sichel. Du bist also ein Farmer, hm? Interessant. Ach, ich stimme vorhin. Da habe ich die. Vielleicht kannst du mir einfach mal beibringen, wie man Gemüse züchtet. Hm. Ich will nicht, ob ich kein Geld bekommen kann, um zu essen zu Abend. Vincent! Ich bin honkrig! Wo ist Mama? Mama? Mama ist nicht zu aussehen. Hat er gesehen? Schmeißel denn gar nichts mehr weg? Ist ja schlimm. Was hast du denn? Evelyn! Na, hallo! So, willkommen in unserer kleinen Gesellschaft, Junge. Du kannst mich Omi nennen, wenn du möchtest. Ja, nein, definitiv nicht. Uh, Trailerpark. Wo bist du denn hier? Wir haben wirklich viel Glück an der Bibliothek in einer kleinen Stadt zu haben. Ich steh ab. Wenn du dich in deinem Buch verloren hast, ist es einfach die Realität deines Lebens zu vergessen. Vielleicht mag ich es ab so gerne zu lesen. Stop. Tut mir leid, ich bin abgedrefft. Ich muss mir wirklich ernsthaft mal überlegen, die Leute mal so eine... Pff, ich weiß nicht. Permanente Stimme zu geben. Die Stimme des Volkes. Ich hätte die Geoden mitnehmen können. Ja, ich hätte wirklich die Geoden mitnehmen können. Du bist so einig. Doof. Huch? Hä? Hey cool, geht's rein? Blätter. War das ein Heimsymbol? Aber... Es passiert nichts. Joja! Du bist nicht, oder du bist? Oh, Pam! Hey, Kleiner, dein Name ist Pam! Sei kein Arsch und willkommen, gut klar! Habt ihr auch im Trailer gewohnt? Trailerpark! Oh, Supermarkt! Na, wie hättet ihr das gedacht? Äh, 13 Energie, 5... Nee! Wallpaper, Joja, Cola, Light... Can we place inside your house? 25... Haben die bei Panic nur 20 gekostet? Ja, die kosten hier ein bisschen mehr. Reis, Wallpaper, Flooring, Wheatfloor, Mehl, Reis und Zucker! Zuge! Was bist du für eine Grinsekatze? Morris! Willkommen im Joja-Markt! Wie geht es dir heute? Ich glaube nicht, dass wir uns getroffen haben. Ich bin Morris. Joja Customer Satisfaction Representative. Der Typ, der hier alle motiviert. Wenn du dich entscheidest, also wenn du willst, kannst du ein Joja-Member werden, ein Mitglied. Ich wäre höchst erfreut, wenn ich dir diese schöne Erfahrung erleichtern könnte. What? Willkommen im Joja-Markt! Wie geht es dir heute? Eine Mitgliedschaft ist jetzt verfügbar. Mit einer Joja-Mitgliedschaft wird es dir möglich sein, Verbesserungen in der Kommunität... Kommunität? Äh, in der Gesellschaft mit der Hilfe unseres, ja, volksorientierten Personals, natürlich für eine gewisse Gebühr, ähm, zu machen. Oh, ach ja, noch was. Bürgermeister Lewis hat uns versprochen, dass irgendwer noch uns beitritt. Dann lässt er uns das alte Community Center in ein Warenhaus umwandeln. Ist das nicht wundervoll? Miklief kostet 5000 Gold. Und? Willst du uns beitreten? Lass mich kurz... Nein? Bist du für ein Spinner? Shane ist hart am Abwackeln. Wir müssen uns egal, ob jemand mit ihm spricht. Abwackeln? Waaat? 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 Joja... Joja... Ihr habt mein Leben ruiniert und... Oh, guck mal! Waaat? 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 Waaat... Weil wir für Joa gearbeitet haben. Wahrscheinlich 20 Jahre... Oh, guck mal, warte mal. 20 Jahre unseres... Ah, ein verlorenes Buch. Wo hast du ein verlorenes Buch gefunden? Die Bibliothekskollektion hat sich erweitert. Ähm, wir haben für Joa gearbeitet. Wahrscheinlich 20 Jahre... 30 Jahre unseres Lebens. Wo wir jetzt 25 sind. Und... gefühlt 16. Ich plane ganz viel Zeit mit meinem Teleskop diesen Sommer zu verbringen. Was hab ich denn erwischt? Ich hab grad keine Ahnung, was ich auf eine Stimme gegeben habe. Hm. Nur hat der Baum versteckt. Knutschen die? Knutschen die? Du bist immer willkommen, uns zu besuchen. Selbst wenn du nicht einkaufst, weißt du? Ach, man kann ziemlich einsam werden hier in den Bergen. Hey, wie geht's auf der Farm? Es ist Passnap-Saison, ist nicht wahr? Ich kann mir vorstellen, dass es ziemlich friedfertig ist. Draußen zu arbeiten mit Pflanzen den ganzen Tag. Öh, Pflanzen. Oh yeah. Ich arbeite mit Pflanzen den ganzen Tag. Okay, die basteln hier immer noch. Ähm. What? Ach, ob's geht... Ah. Die ist sicher interessant. Auf Gras geht's nicht, aber auf... Weg. Was bist du denn? Für eine Gestalt. Sebastian. Ah, du bist gerade hergezogen, ne? Cool. Ah, von allen Orten, wo man leben kann, hast du dich für Pettica in Town entschieden. Uncool. Weg war schon so die Sprache der Jugend, die jetzt so aktuell im Kommen ist. Oder so. Gucken wir mal, können wir eigentlich in das Zelt reingehen? Yay! Hallo, Linus! Hm, fühlst du schon was von mir? Ich kann mich gar nicht daran erinnern, was ich ihm für die Stimme gegeben habe. Gefällt euch das überhaupt? Also jetzt mit den Stimmen meine ich. Gefällt euch das? Soll ich das weitermachen? Ah, hab ich kein Thema mit, also... Naja, kommst du in die Kommentare oder so? Kommentare! Tschüss. Tschüss. Vielen Dank.